Roger Wederer, wie weit wird die Schweiz bei der Fußball-WM kommen und warum? Ja, ich hoffe natürlich, dass wir die Gruppenspiele überstehen, obwohl man nie zu weit nach vorne denken darf, weil eben mit dem Format an der WM, mit drei Spielen nur, ist so viel möglich für alle Teams, dass das sehr schwierig ist, ganz ehrlich, und eben in Südamerika mit der Hitze ist natürlich auch nochmal ganz etwas anderes, aber ich glaube, wir haben eine gute Mannschaft und von dem her hoffe ich schon, dass es gut läuft dieses Jahr für die Schweiz. Wer ist für dich der entscheidende Spieler bei euch? Ja, Shaqiri, natürlich auch immer der Torwart natürlich, von dem her hoffen wir natürlich, dass da viel passiert, vielleicht auch von Shaqiris Seite. Wer wird es gewinnen? Brasilien vielleicht, Spanien natürlich auch wieder mit Favoriten, Deutschland, für mich eigentlich immer die Teams, von denen alle reden, auch für mich auch.